so das zweite jetzt was wir machen so machen wir eben kurz die kamera eben eine kamera aus die zweite kamera aus so zu beginn follow the wave die 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 äh wir kommen da hin äh To begin follow the waypoints. Mein Kloch. Okay, machen wir gleich. Ne, ich bin gleich wieder da. So, eine Sekunde. Also, das ist schon mal einschaltet. Ich habe es eben schon mal ausgeschaltet. Ich habe es auch zu sehen, soweit den Reaktor ausgeschaltet. Einfach mal so, was es ging. Das muss ich einschalten. Ich weiß es nicht. War schon witzig. So. Da hinten. Da links. Da rein. Okay. Okay. Die Startup Distributor ruts energy from the start capacitors to the engineering decks and also provides the reactor with the power it needs to create the initial fusion reaction. You'll notice the device is already powered because the start capacitors are fully charged. Let's go ahead and get some lights on by connecting all of the breakers. Start with the G-deck breakers as indicated. And now the F-deck breakers. And finally, the reactor supply itself. Excellent. Now we can see what we're doing. You can go ahead and turn off your torch by pressing T. T? The reactor controls should now be online. So let's walk back to the reactor room and take a look. Reactor room. Reactor room? Oh. 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 Okay. Um. The first thing we need to do is supply power to the reactor's internal bus. So go ahead and switch the reactor to start-up mode by pressing the indicated button. Was I should write to write to is a... Um. 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 Irgendwie, ja, ist der aus. Krieg ich eingeschaltet. Wie ist das? Ja. Jo, das muss ich übergesprochen haben. Äh... Sekunde. Das war ein kleiner Fehler, wenn man so sagt. Ja. 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 We'll be right back to the confinement chamber to reach its target pressure. Let's take care of the reactor's fuel and coolant supplies. Exit the reactor room via the door behind you and follow the waypoints on your HUD to the cryogenic storage room. These storage tanks hold all of the cryogenic fluids that are used to both fuel and cool the reactor. All four tanks are currently empty, so our first task is to begin the filling process. Let's start with the helium coolant. Head behind the storage tanks to access the helium cryo cooler. Wo? Sieben Meter. Ja da nicht, sondern da hinten. Uh... Cryo coolers use a process called magnetic refrigeration to convert gas into a cryogenic fluid or pumping it into the connected storage tank. Start up the helium cryo cooler now by using the indicated control on its user in... Excellent. Now if you turn around you'll find the helium refill valve located on the back wall. These valves control the flow of gases harvested by the ship's gas collection hardware which is located on the underside of the forward hull. Go ahead and open the helium supply valve now to begin supplying the cryo cooler with helium gas. I would need that See ya... See ya... Wenn du wieder aufhörst und aufhörst die Display-Screen verbunden mit dem Helium-Tank solltest du sicher sein, dass die Tank jetzt mit Fluid befindet. Wir brauchen jetzt die gleiche Sequenz der Events für die anderen drei Tanks. Gehen zu dem Helium-3-Kryocooler. Helium-3 ist die erste von zwei Füllen verwendet in der Reaktion-Fusion. Wie vorhin, Power-up-die-Device mit ihrer User-Interface. Okay. Und jetzt öffne die Helium-3-Refill-Valve hinter dir. Und beginnst mit ihren associierten Tank. Dann müssen wir die zwei Deuterium-Tanks füllen. Also gehen wir auf den anderen Seite der Raum. Deuterium. Deuterium, also known as Heavy Hydrogen, ist die zweite der zwei Füllen-Füllen. Wir verwendet die Deuterium-3-Valve, weil Deuterium-3-Valve auch die Reaktion-Neutral-Beam-Injektoren. Wie vorhin, aufhörst die erste Deuterium-Kryocooler. Und jetzt die erste Deuterium-Refill-Valve hinter dir. Äh. Da. Ja. Und jetzt die zweite Deuterium-Refill-Valve. Okay. Ja. Okay. Ja. 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 Oh Gott. Ja. 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 Okay, äh. Also, am Metallica ist nicht mein Fall. So, so jetzt. Fahrenseite. Mhm, mhm. Okay, great. Let's head over to the reactor controls and take a look at the coolant display. As you can see, we now have coolant flowing into the reactor. This has begun the process of cooling down the magnetic field coils, which must be at temperatures below 20 Kelvin, in order to become superconductive. Once the... Okay, the temperatures look good. You can now power up the field coils. With a solid vacuum established, the field coils power... Congratulations. You have now successfully started the fusion reactor. Oi, 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 oi. For safety, the reactor automatically starts up at only 10% of its rated power. This means high voltage systems, such as the FTL drive, will be underpowered until you increase the reactor output. Let's resolve that now. Increase the power level to 100% using the indicated controls. You'll notice that you can increase the power beyond 100%, but doing so for an extended period, will overheat the reactor, causing damage, and forcing an uncontrolled shutdown. Okay, we now need to provide power to the rest of the ship. With the reactor now powering itself, you can go ahead and switch the internal bus mode from startup. Perfect. If we now head around to the opposite side of the reactor, the reactor output distributor should now be powered up. This device distributes the reactor's output to the ship's high voltage systems, which are in fact the only systems powered directly by the reactor. The rest of the ship is powered by 48 individual battery arrays, which we now need to begin charging using the reactor's output. Oh, that's right. I need to have a battery. Go ahead and connect all five of the output breakers here. Uh, well, I can't see it, but... Excellent. If you turn to your left, you'll see the five high voltage distributors 1, 2, 3, 4, 4, yeah. Head over to the main battery distributor. Uh... Oh, God. This device takes the high voltage reactor feed... Oh, God. ...and distributes it to each of the eight battery rooms on F-deck. Go ahead and connect all eight output breakers. Perfect. The battery arrays should now be charging, but we should perform a visual inspection to make sure. Follow the waypoints on your HUD to port battery room one. The electrical supply on Magellan-class starship... into four isolated quadrants. Forward, aft, port, and starboard. For increased redundancy, each quadrant is powered by two physically isolated battery rooms, just like this one. Should the battery arrays in one room cease to function for any reason, the arrays in the second room will continue providing power to that particular quadrant. Similarly, power to one quadrant can be lost entirely... Okay. ...without impacting the supply to the remaining three quadrants. Okay, let's take a look at one of the individual battery arrays. On the left-hand side of the user interface, you have controls for managing the input and output breakers. And in the center, you have controls and information relating to this array's own solid-state battery cells. If we did everything correctly, all of the cells should now be slowly charging up. For the next step, we now need to connect each of the eight battery rooms to the ship's electrical grid. This task will take us into the ship's labyrinth of maintenance tunnels. Be sure to watch your head. Follow the waypoints on your HUD to port battery aggregator one. Um... Each battery room has a corresponding battery aggregator, just like this one. These devices perform load balancing, and also combine each room's six individual battery arrays into a single high-voltage feed. Next step. Go ahead and connect the output breaker now, which will connect this set of battery arrays. Okay, one down and seven more to go. Oh, noch sieben. Oh, Gott. Oh, Gott. As before, connect this aggregator's output breaker. That takes care of the port battery rooms. Let's make our way to the forward quadrant next. Das ist eftig. Go ahead and connect the output breaker. And the same again on forward battery aggregator two. Oh, ho, ho. What? Oh, Gott. Okay, onwards to the starboard quadrant. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Und jetzt? Da? Nee. Boah. Ja. And the second starboard aggregator. Almost done. Just the aft quadrant to go. No. Only do you know, do you know the same as se? Ah. Connect up the first after aggregate and finally the second after aggregator. Okay, perfekt. All 48 of the ship's battery arrays are now connected to the electrical grid. Gott. All we have to do now is supply power to the ship's remaining decks and then perform a few cleanup tasks. Oh Gott. We can do most of that from the reactor room. So let's head there now. Reactor room. Follow the waypoints on your HUD to the forward deck distributor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6 Decksammler. Was hat das denn hier denn einfach gemacht? Der hat. Wo ist der denn? Ah. Ah. Oh. Ah. 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 Das ist heftig. Ah. 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 und jetzt noch höher das ist also ich muss noch höher nach bestimmt also ich alle sechs decks alter fehlschwalter äh da Oh Gott! Gott Gott! ich wollte zum mars eigentlich noch so ist aber eigentlich normal so ich werde aber trotzdem eigentlich von das sind und zwar will ich nach merkur venus alfa natauri jupiter pluto ich will nach jupiter ok das ist die schildkontrolle das ist vorne was das hier ok also die karte das hier ist alarm das ist ich kann jetzt nicht auswählen ich würde jetzt gerne nach jupiter fliegen kann ich nicht nach jupiter fliegen ich will nach jupiter save target kann ich nicht nach jupiter fliegen ok soweit so gut und dann an auto animation an mission mission time ok und ich würde jetzt gerne nach will nach jupiter fliegen eigentlich ich würde da fliegen eigentlich geht nicht nach wie aus schade 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 target No Targets. No Targets. Ah, okay. Da. So. Stellar Region. Dann wollen wir jetzt nach Jupiter. Nicht Wolf, sondern Jupiter. Sollsystem ist richtig. Und. Jupiter. So. Oh ja, Display Range 10 Lichtjahre. Ja, bitte. Okay. So. F. Was ich zu den anderen hier. F. So. Wann wir mal gucken. Ein Jeans. Und. Und. Ah, fliegt schon. Ich frage die Wand. Und. 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 So, Target. Rows von 8.20. Wolf. Ah, weil sie Auto-Bisode eingeschaltet haben, ne? Ah, okay. Okay. Auf 5 liegt ja. Okay, ich kann nicht langsam auffliegen. Jetzt bin ich allein dahin. Oh. 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 Oh, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Das wollte ich eigentlich nach. Bitter. kann ich mal kurz die wildcard gucken ja die karte sollst du wieder fliegen ah okay, Jupiter, Nis, Leila, Red Star Titan, Oust, Titan Titan, Lala, Jupiter, Jupiter Titan, Lala, Jupiter, 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 Okay, das ist noch kein Ziton. No target. Kann man kurz mal Maschinen stoppen. Stop, Engines, Maschinen stop. 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 15 ich weiß nicht auch wie suchen nach buchstaben suchen oder so aus der richtung wieder suchen 20 lichtjahre schwarze löcher keine klasse das ist eine o klasse b klasse a klasse witzig ist keine karte das karte einschalten kann hier ist das schlimm